So, was man hier sieht, ist eine von Peters genialen Erfindungen. Schwedisches Feuer mit ostdeutschem Schwenkbraten, den man jetzt gerade nicht sehen kann, aber egal. Man ist das Konstrukt ein bisschen etwas erhöhen wegen Brandgefahr von der Auflagefläche, wie man hier sehen kann. So, jetzt drehen wir das für all die, die jetzt den Laptop bisschen scheiße stehen haben. So, jetzt geht es wieder besser. Jetzt können wir das alle sehen. Glut, schwedisches Feuer, Ständer, Gusseiserne und leckerer Inhalt. Schreiben Sie sich an, wie man hier in uns arbetet kann. Ihr Hang das in uns. Untertitelung des ZDF, 2020